Mit Mhmmm lassen sich Präsentationen erstellen und in Videokonferenzen teilen. Referentinnen haben die Möglichkeit, sich selbst neben ihren eingeblendeten Folien zu positionieren, um so für die Teilnehmenden sichtbar zu bleiben. Sie können Änderungen während des Live-Vortrags in der Mhmmm-App vornehmen. Es ist auch möglich, die Präsentation vorab als Video aufzuzeichnen und zu speichern und sie anschließend Lernenden über einen Link oder im MP4-Format als Lernmaterial zur Verfügung zu stellen. Mhmmm ist als kostenlose Version verfügbar und lässt sich in andere Videokonferenzsysteme wie etwa Zoom integrieren. Wie Mhmmm genau funktioniert, sehen wir uns in diesem Tutorial an. Über www.mmhmmm.app gelangt man zur Startseite. Um Mhmmm zu nutzen, ist eine Registrierung erforderlich. Dazu klickt man auf Erste Schritte und gibt die E-Mail-Adresse ein, mit der man sich registrieren möchte. Nach einem Klick auf Next sind noch die Eingabe des Vor- und Nachnamens sowie eines Passworts erforderlich. Danach kann man sich entscheiden, ob man die Web-Version nutzen oder die Desktop-App herunterladen möchte. Mit einem Klick auf Login und Continue gelangt man in den Bereich Mhmmm-TV. Dort finden sich zahlreiche Einführungsvideos. Um die Erstellung des Accounts abzuschließen, muss die eigene E-Mail-Adresse bestätigt werden. Hierzu klickt man auf E-Mail-Bestätigung senden. Im Postfach des E-Mail-Anbieters erhält man nun eine E-Mail zur Bestätigung. Mit Klick auf Verify E-Mail ist die Registrierung abgeschlossen. Der Button Mhmmm-Starten führt zum eigenen Präsentations- und Meeting-Raum. Mhmmm kann auch für Videokonferenzen genutzt werden. Klickt man auf Leute einladen, so wird ein Link erzeugt, der dann an die entsprechenden Personen gesendet werden kann. In der kostenlosen Version können bis zu 5 Personen zugleich in einem Raum sein, bei einer zeitlichen Einschränkung von 40 Minuten. In den Versionen Premium und Teams gibt es keine zeitliche Einschränkung. Und es können bis zu 10 Personen gleichzeitig in einem Raum sein. Für alle Versionen gilt, hat die Person einen Link erhalten und ist so dem Raum beigetreten, benötigt sie selbst keinen Account und muss auch die Mhmmm-App nicht installiert haben. Möchte man die Desktop-App von Mhmmm herunterladen, klickt man auf der Startseite auf Produkt. Sie steht für Windows und Mac zur Verfügung und bietet den Vorteil, Mhmmm auch in anderen Videokonferenzsystemen wie etwa Zoom oder Microsoft Teams zu integrieren. In der Rubrik Rooms können die Hintergründe für die Präsentation gewählt werden. Dabei lassen sich seriöse Hintergründe, wie beispielsweise eine Bibliothek oder einfärbige Hintergründe wählen, aber auch verspielte oder besonders atmosphärische, wie dieser in Nebel gehüllte Wald. Unter Custom können eigene Hintergründe hochgeladen werden. In der Rubrik Style kann die Referentenansicht angepasst werden. Hier kann etwa der Bildausschnitt gewählt werden oder auch die Größe und die Sichtbarkeit verändert werden. Das hat den Vorteil, um wichtige Informationen auf Folien nicht zu verdecken. Es kann auch der eigene Bildausschnitt rotiert werden oder Effekte eingefügt werden. Hakt man Show Big Hands ab, werden Gesten automatisch erkannt und in entsprechende Icons umgewandelt. Unter Slides kann man Präsentationen erstellen und alle Materialien einfügen, die man in die Präsentation integrieren möchte. Mit Klick auf das Plus-Symbol erstellt man eine neue Präsentation. Man gibt dazu einen Titel ein und klickt auf Create. Die Präsentation öffnet sich in der linken Spalte. Hier lassen sich Inhalte einfügen, wie etwa Textfelder oder es kann auch der eigene Bildschirm geteilt werden. Unter More findet man weitere Optionen, wie ein Whiteboard, eine Umfrage, GIFs oder eine zweite Kamera. Über die Funktion Drag or Browse Files lassen sich lokale Inhalte hochladen. Zum Beispiel Bilder, PDFs oder PowerPoint-Folien. Hochgeladene Folien werden als eigene Präsentation in mhm angelegt. Navigiert man zurück, kann man das entsprechende Folien-Set auswählen und einzelne Folien in eine andere Präsentation bewegen oder kopieren. Plant man eine PowerPoint-Datei mit mehreren Folien in einer mhm-Präsentation zu zeigen, so ist es ratsam, zuerst die PowerPoint-Datei hochzuladen und weitere Elemente, wie etwa Textfelder oder Bilder, in dieser Präsentation einzufügen. Ein erstelltes Textfeld kann vergrößert, verkleinert und verschoben werden. Möchte man eine Umfrage erstellen, so können Frage- und Antwortmöglichkeiten über die Funktion Edit bearbeitet werden. Die eigene Sprecheransicht kann zu einer der Antwortmöglichkeiten verschoben werden. Eine hilfreiche Funktion, um sich mit anderen Teilnehmenden abzustimmen. Um Präsentationen aufzuzeichnen, klickt man auf den roten Record-Button in der Mitte. Ein Countdown leitet die Aufnahme ein. Hat die Aufnahme begonnen, so kann man durch die Folien klicken und mit der Präsentation beginnen. Um die Aufnahme zu stoppen, klickt man auf Pause. Man hat dann die Möglichkeit, alles zu löschen, die Aufnahme fortzusetzen oder zu speichern. Das Video wird nun dem eigenen Account unter My Videos hinzugefügt. Man hat noch die Möglichkeit, einen Titel einzufügen und zu bestimmen, wer das Video ansehen darf. Personen, die einen Link erhalten oder nur jene, die eine Einladung per E-Mail erhalten. Und man kann auch sogleich eine E-Mail-Adresse eingeben. Hier findet man den Link, den man kopieren und jemanden senden kann. Gespeicherte Videos können unter My Videos aufgerufen werden. Möchte man ein Video herunterladen, geht man in den Bearbeitungsmodus und wählt Download Video File. Das Video öffnet sich in einem neuen Browser-Fenster. Mit Klick auf die rechte Maustaste kann man Video speichern unter Auswählen. Es öffnet sich ein lokaler Ordner und man kann das Video speichern. Eine praktikable Funktion Möhm kann in gängige Videokonferenzsysteme integriert werden. Neben Zoom stehen Google Meet, FaceTime, WebEx by Cisco oder auch Microsoft Teams zur Verfügung. Wie das genau funktioniert, sehen wir uns am Beispiel von Zoom an. Wichtig ist zuerst die MhM Desktop App zu installieren, sich anzumelden und die Desktop App auch aktiv geöffnet zu haben. Danach kann im Meetingraum von Zoom die MhM Kamera ausgewählt und die Videoübertragung freigegeben werden. Auf diese Weise lassen sich alle Inhalte der MhM Desktop App in den Zoom Raum übertragen. Änderungen werden direkt in der MhM App vorgenommen und sind synchron in Zoom sichtbar. Online Meetings können mit MhM ansprechend gestaltet werden. Durch die Möglichkeit die Präsentationen aufzuzeichnen, eignet sich das Tool auch für asynchrone Lernphasen. In der kostenlosen Version lässt sich die App umfänglich nutzen. Viel Vergnügen beim Ausprobieren!